Hier ist wieder Andi von AngerMagic und ich begrüße euch zur Threadwork Overview. In diesem Projekt geht es darum, euch das Thema Threadwork, unsichtbare Fäden, welche Gimmicks und Möglichkeiten es gibt, näher zu bringen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Schwebeeffekte zum Beispiel mit Threadwork von vielen Leuten als heißes Eisen betrachtet wird von vielen Kollegen. Viele sagen, sie machen das nicht und ich zum Beispiel mache es sehr gerne und verstehe nicht warum. Und oft habe ich gemerkt, dass der Überblick einfach fehlt. Und den möchten wir euch mit dem Projekt geben. Wir fangen ganz am Anfang an, welche Fäden gibt es, was sind die Unterschiede, was muss man beachten, gehen dann im nächsten Schritt darauf ein, was kann man allein aus den Fäden reines schon machen, was kann man mit Gimmicks dann noch machen, vergleichen die Gimmicks. Viele haben wir schon reviewt, hier geht es aber eher darum, die Gimmicks untereinander zu vergleichen, Ideen mit reinzubringen, unsere Performance-Ideen, Herangehensweisen, damit ihr euch auch wirklich die Sachen im Live-Einsatz einsetzen traut und euch einfach im ersten Schritt einen großen Gesamtüberblick, um die ganze Thematik zu geben. Wir freuen uns, euch in der Overview-Folge zu sehen. In diesem Sinne, bleibt magisch!